So, ist aber wieder da. Ich schwiege mit meinen Landleuten und meine Landleuten mit mir Magst du nicht sagen, wann wir losgehen, ne? Mhm. Da oben leuchten die Sterne da unten leuchten die Raketen Da unten sind aber keine Raketen Das ist ja jetzt nur los So So, 3, 2, 1, 2, 1, los Egal Jetzt hätte ich mal an die Türen zugemacht Wir hatten keine Türen Ja? Das ist der erste Grund warum Dominik jetzt vorne eingestiegen ist Ja, damit die Tür zu bleibt Wird so oft getroffen So So, ich, äh, ich kann mich nur nicht aufhören Ihr seid ja da unten Schieß ich euch ab Ja, schieß mir ruhig den Fallschirm ab Mach mal bitte Wird cool Nee, ich möchte noch leben Ja, du lebst ja dann auch noch Ja, nicht mehr lange Ich Hallo Patrick Wer will dich dann umbringen? Schon? Boah Was heißt schon? Okay Wir hätten Dominik nicht da hinschicken sollen Das vibriert mir zu viel Dominik hat so viel Spaß Das müssen wir rein machen Wiii Scheiße Sogar nicht das, was Rockstar haben wollte Dass jemand Spaß bei einer Mission von ihnen hat Aufhören 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 Wieso können wir noch fliegen Das hat mich nicht gebraucht Oh nein Das ist Mist aber wir haben eine Rakete direkt in die Presse bekommen So Max Nach links Na siehste Ja ich müsste sie jetzt aufwachen So und jetzt rein Da ist die Helis Und nach hier unten Ich drücke R1 Ich drücke R1 um zu tauchen Okay Ich bin hier schon unten Ja 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 Zuerst die Heli Begebt euch durch den Schacht und sammelt euch am Strand Ich meine irgendwie schneller schwimmen Halt X gedrückt Wenn du die ganze Zeit X spammst Dann verbrauchst du natürlich auch mehr Sauerstoff Deswegen halt einfach nur gedrückt Ja Ich glaub das sind die letzten zwei für euch Ich weiß aber nicht Jedenfalls werden mir die zwei angezeigt Wir hätten schon zehnmal sterben müssen Wir hätten schon zehnmal sterben müssen Aber drei Raketen bin ich ausgewiesen Und zwei hab ich mit meine Fresse abgewehrt Gut Jawoll Vibrator ist wieder auf Intervall Ja Ja Dominik Ich bring dich um Wie lange ist dieser Schacht? Sehr lang Dann hätten wir das gerade eben eh nicht geschafft Ja ne Vor allem nicht weil ich so viele Atemgeräte schon verbraucht hab Ich hab noch zwei und eh Hälfte der Luft Aber Max du kommst gut voran? Jaja Gut Hoch Ah wir sind gleich da Wir sind gleich da Ganz ruhig Ich bin vollkommen entspannt Ich hab noch zwei Geräte jetzt über Alles gut wir haben Weiß nicht Ich bin aus dem Schacht Wie auch immer diese Fackel Unter Wasser Turnieren kann Ja ich sehs Und jetzt einfach auftauchen ne? Ja Ich schwimm aber vorher noch unter Wasser zum Strand Ah ich sehs ja Äh Ich muss auftauchen Dominik? Ja Schießt du weiterhin? Ja Hör auf Hör einfach auf Wir wissen jetzt auch schon heute nach dem Leuchtfeuer Ja ich such grad Ich weiß jetzt nicht wo wir eine Signalfackel herbekommen sollen aber Da war was Ich hab ne Leuchtpistole Ja das ist ja Ja das ist ja Ja ne eigentlich hat man Leuchtfackeln Ja Eigentlich hat man eine Signalfackel Ah da sind sie ja Seht ihr mein Licht? Ja Ja Das ist ja auch da Womit rumschlusspielen Ich erzeuge wenigstens damit keinen Erdbeben Alter Das ist ja Schnell hier rein Ich werde da ein bisschen unnebender wohnen Ja Let's go Let's go Let's go Also Danke Ich werde da ein bisschen dippen Ich will da ein bisschen dippen Für kurzen Momente Okay Jetzt müssen wir zusammenarbeiten Dann sei ein Englischer nicht Ja Vor uns Ah Schön gemacht Er lebt noch Ne Ja Jetzt nicht mehr Ich werde dich mal fressabgewehrt haben Du kannst es echt gut Dein Gesicht ist echt dafür geschaffen Ja ich bekomme ihn nicht aber Jetzt ist er weg Kannst du nochmal nach ganz rechts? Ja Ja Ich bekomme ihn nicht aber ja ich habe ich nicht bekommen den habe ich nicht bekommen alles andere ist gemein danke okay damit kann ich leben guck die können auch nicht parken warum steig ich ein muss er nicht aber ihr wollt ernst auf denjenigen der nicht wirklich gut schießen kann ja als co-pilot muss ausschließen ja ja die piloten erschossen mehr sagte kann ich schießen ja weil vor mich gefahren ist ich bin mir sicher dass er geflogen ist eher geflogen auch gefahren da kommen die das ist der kamikaze heli wo ist der tot bitte dann nehme ich den anderen oh gott ok ich nehme nicht den anderen ja den wollte ich eigentlich nehmen wenn ich den da nicht mehr nehmen konnte komm ich spring nicht um ok easy also leute es war doch gut hätte nicht besser laufen können doch ja ist okay für dominik nochmal je nach gibt es zwei mission ok insgesamt gibt es fünf wir haben schon wir sind bei der dritten und das letzte ist die hölle max kann sich daran erinnern das letzte ist der banküberfall ja ja der ist super nicht können wir in einem 24 stunden schieben gefühlt machen sind immer noch nicht fertig ja vor allem weil man von vier leuten drei leute schießen und ich bin halt da man reden wir überhaupt noch macht du mal dominik Ich geh mir damit aus Wieso musste ich die Granate schmeißen? Cool guys, dann nur explosions Ich hoffe die hat das nicht als Vertrauensbeweis gemacht Weil das wäre nach hinten losgegangen Let's go Oh Money Ja Oh, das hörst du mal But hey In Kontostand Ja, es wird doppelt Yay, Musik Voll geil, erstmal einsaufen Hui, mit Leverkopf dahintrinken gehen Das ist doch, Alter, schön Finde ich auch Ist klasse Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von GTA Online Wenn's dann an die nächsten Heist Mission geht Was es sein wird, weiß ich nicht Aber es wird auf jeden Fall in Heist sein, das weiß ich Ja, wir sehen uns dann, bis dann, haut rein und tschüss 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 Tschüss